Ja so, da durchsteu ich ja auf meinem Server dauerhaft arbeite. Das Ergebnis kann sich ja sehen lassen, du warst ja vorhin drauf. Ja, geht so, ne? Alter, komm. Wenn man es halt nicht besser kann. Das will ich mal sehen, wenn du es besser machst. Noch da? Ja, 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 ja. So, äh, le Zäunchen. Oh, le Zäunchen. Sie très déliciös. Ja, also ich beiß jetzt selten in den Zaun rein, aber wenn du das sagst. Die Franzosen bestimmt. Ja, ja, klar, die beißen rein alles rein. Ja, dann herzlich willkommen. Oh Gott, wie schwul ist denn die Musik gerade? Na ja, jedenfalls fehlen und zwar rum auch immer Zäune. Wie ging dann meine Rechnung vorher nicht ganz so auf? Hast du noch Sticks zufällig dabei? Äh, zwei Stück, aber in der Kiste. In welcher Kiste? Oben. Ja, super. Super. Super, super. So, toll. Ganz schön, zwei Sticks. Ich hab' gesagt, zwei Stück, brauchst du Treppen? Nee, äh, zwei. Reicht eine Breite? Ah, komm doch her. Reicht eine Treppe, die eins breit ist, oder soll ich lieber zwei Breiten machen? Muss ich fett. Na, jetzt haben wir ja jedenfalls nichts. Äh, mach mal, mach mal ein bisschen breiter. Okay. Wir haben's, ja, ne? Genau. Reicht sechs, ich weiß nicht, ich mach lieber mal noch ein. Oder machen wir mal noch zwei mehr. So. Okay, dann stimmt das hier nicht mit der Treppe, dann muss ich dich gleich wegreißen. Okay. Nein! Ach ja, so cool. Comedy Street, kennst du noch? Na, komm, die Street's Letzte Rots, eins. Nee, ich mein jetzt, äh, so dass es toll war, aber erkennt noch den, äh, der, der Rocker, der immer da rumkirrt. Oh nein! Ja, klar. Ja, okay. Die Flamen hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, das ist doch herrlich. Super! Location. Ja, machen wir mal ganz kurz hier einmal. Ja. Naja, dann müssen wir's ja einfach. So, das Zauntor. Ja, nicht verkehrt. Äh. Das hier sieht scheiße aus. Findest du? Ja, mit den Öfen hier an der Seite. Ja, so das, okay. Die Gute können wir eigentlich, die können wir eigentlich wegmachen, unten haben wir ja eigentlich genug. Stimmt, nur ein paar hier. Äh, das mach ich jetzt auch mal ganz kurz. Ach, die geht auch jetzt gleich wieder kaputt, die Schwitzhacker. Dich erschrecken. Genau. Ich muss eh nach unten, aber warum? Achso, genau. Um Eimer zu machen. Weil wir Wasser brauchen. Weil wir immer so paranoid durch die Höhle läuft, äh, also wenn ich immer so paranoid durch die Höhle laufen, ne, dann erschrecke ich da immer voll, wenn da eine Spitzeige kaputt geht, diese, pfff. Ja, ich auch, das ist aber normal, glaube ich. Ja, das ist wirklich normal. Drei Eimerchen, ich schrieb mir jedenfalls immer ein, dass das normal ist. Achso, ja, das ist wirklich normal. Ja, das kann ich eigentlich auch mal den Hinterausgang benutzen. Au, meine Höhle, alles. Das reicht jetzt auch mal. Ja, langsam braucht er sich auch hin. So, ich hab da hinten doch, ich hätte, naja, egal. Da hinten war doch irgendwo ein Wasser. Ja, das ist ja, wer geht gewesen. Äh, behecken. Jetzt muss ich ganz kurz noch mal was checken. Ich weiß, was ich mal bauen möchte hier auf dem Server. Eine TNT-Kanur. Äh, nein. Oh. Ja, das was wir jetzt machen. So, das ist mir jetzt egal. Sieht zwar nicht mehr schön aus, aber da hinten kommen wir ja eh nicht hin. So, da kann sich das doch so langsam mal sehen lassen hier, unser kleines Dreckhäuschen. Ich weiß nicht, ob wir das da oben, ob wir den Dreck da oben wegmachen sollen. Sagt uns das doch mal bitte, ob wir da oben diesen Dreck wegmachen sollen und ob das der Charme des Hauses irgendwie ist. Meint, meint ihr, oder meinst du, äh, oben hier das, äh, mit dem, dass wir das komplett, äh, flach machen, dass wir dann oben die Spitzer packen hier? Ne, von vorgesehen halt, das abmachen. Ach, okay. Da muss aber das ja auch noch Weg werden, ne? Das auch? Ja, ja klar, sonst ist es doch nicht eine Mitte. Ja, ach, ah ja, okay. So, einfach mal eine unendliche Quelle. Ach, natürlich, natürlich. Machen, ne? Und dann haben. Na, geht es hier weiter. Nein. Und das ist also das, was wir heute machen. Wer, vielleicht haben wir noch Zeit, mal gucken. Ne, eigentlich nicht, eigentlich reicht das, äh, schon von der Zeit her. Wir machen es aber noch fertig. Wir machen es noch fertig und dann gehen wir erst nächstes Mal, würde ich mal sagen, geht das jetzt hier? Ja, aber, gehen wir mal wieder in die Höhle. Yay. Außer ihr sagt jetzt, wir sollen das und das noch bauen. Könnt ihr uns auch mal gerne schreiben. Brauchst du auch was zu essen? Genau, ich hoffe. Okay. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, äh, auch auf unserer Facebook-Seite natürlich. Die Fan-Seite. Ja, genau. Hier mal eine Verlinkung. Ja, was ganz Neues bei uns in den Videos. Ja. Annotations gibt's ja normalerweise gar nicht bei uns. Außer die normalen. So, das war's auch schon, der Müllchen. So, die unendliche Quelle kann dann eigentlich auch wieder weg. Weg. Weg, weg. Hat du ab. Hat du sau. Okay, ähm, ich hätt hier oben Kies genommen. Kiesweg gemacht. Kies haben wir. Ja, bring mal Kies hoch. Ja. Den Kies Richards. Ha, ha, ha. Äh, äh. Oh, du hast da gut übersehen. Ja, ich weiß. Hä? Wo haben die Kies? Da, irgendwo ist Kies. Ah, der, 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 der. Also in Kies rum. Ach, der, die Musik ist herrlich. Wups, da, Höhle, oder? Nö, nö. Was wir aber auch machen könnten, wäre... Gib mal den Kies ganz kurz, sehr. Ja, das hier... Oh, okay, macht's. Nee, wenn dann... Nee, nee, das ist jetzt schon... Ist okay. Gib mal jetzt mal Kies rüber. Um... Okay, schön. Hier, ach so, ich hab noch, ich hab zwei, ich weiß nicht, genau. Ihr könnt auch ruhig in die Kommentare schreiben, ob das jetzt nicht so langweilig ist, oder so... Genau, weil das können wir halt so nicht wirklich einschätzen, wenn wir das machen. Weil wir müssen auch, wir müssen öfter mal eben ein bisschen ruhiger sein, weil wir uns konzentrieren müssen halt und so. Wäre wirklich, und es wäre wichtig, dass ihr uns in die Kommentare schreibt, sonst können wir es ja nicht ändern. Also, wenn ihr irgendein Problem habt, schreibt's einfach wirklich in die Kommentare rein. Das ist nicht irgendwie, weil Kommentar geil oder irgendwas, das kommt einfach nur daher. Wir können es nicht ändern. Ja, wir wollen es euch nur recht machen. Danke dir. Genau, wir wollen nur das machen, was ihr wollt, und ihr müsst aber uns halt auch mal sagen, wie ihr das insgesamt findet. Guck mal, wie findest du das? Das könnt ihr hier machen. Ihr könnt uns auch eine Nachricht hier auf YouTube schreiben. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook, wie gesagt. Der Link ist, denke ich, jetzt mal permanent eingeblendet. Oder könnt ihr uns das sagen. Soll ich hier so einen Fackelweg machen? Ja, ist doch eigentlich auch ganz schön. Und hier so. Ich würde reduzieren, also hier so. Ja, okay. Gib mir mal meine Fackel wieder. Guck mal hier den, guck mal hier den Weg. Wie findest du das? Ja, okay. Und das ist zu hoch, weil ich hab da extra bisschen höher gemacht, dass unsere kleinen Gäste... Ja, kann man da wie immer noch. Hier, guck. Ja. Man kann es immer noch. Wir machen mal eine kleine Fackel hin, sonst ist das hier noch dunkel. Ach, ich hab da, glaub ich, hab ich da die... Ach, ne, hier sind die zum Beispiel, das wollte ich grad sagen. Ach ja, stimmt. Ach so, das geht hier jetzt nicht, ne? Wenn hier in dem Raum ist, ist es auch eindeutig zu dunkel. Ist jetzt die Playlist wieder hier ausgelaufen? Ne, das gibt's doch nisch. Na ja, äh... Geben wir mal pennen oder? Wir gehen pennen und hören auf, dann auch gleich mit der Aufnahme auf. Haben wir schon eine halbe Stunde? Ja, ja, 28 Minuten, um genau zu sein. Jedenfalls, äh, gehen wir jetzt noch mal ganz kurz nach draußen und gucken mal, wie das so... Ach, du heilige Mutter, was sind das hier für Spinnen? Clash Spinnen? Ja, so viele, meine ich. Komm, da hol mal was, aber noch ein paar Erfahrungen. Hey! Au! Ach, die greifen nicht an, weil die jetzt Tag ist, das habe ich mich schon gewundert, warum greifen nicht an? Komm, wir spielen fangen, fangen. Alter, die Sau deckt mit. Meine Erfahrungspunkte, Sau. Ja, wir haben Bogen bekommen. Jetzt kannst du auch ein... Ich hab keinen Bogen. Ich hab keinen Bogen. Na, egal. Nein, ich hab einen hier, hast einen, da. Creeperline! Ja, warte, den... Den Kneiper ich weg, da. Ich will mal wieder mit meinem Creeperline. Yeah, hab ihn getroffen. Bis so'n Brüsten, Alter, da geht man den hin. Ja, jetzt, das hat man dann Eier gefunden, hier. Da geht man hin und schlägt dem einfach mal eine Vollpfund aufs Maul. Hey, wir waren lange nicht mehr im Baum, genau in unser Bäumchen. Aufs Weihnachts-Special. War aber so'ne Arbeiter, hab mich grad gesagt, okay, gut, komm, lass mal stehen. Auch wenn es jetzt zhematisch nicht wegreißen... Auch wenn es jetzt zhematisch nicht mehr passt. Nee, überhaupt nicht. Oh, na ja. Zugewachsen oder so? Nee, nee, der war schon immer so. Kokisch da oben. Ach ja. Mit Bäumchen. Jedenfalls... Silvester-Special, hab ich schon mal vorgeplant, dass wir den, was man mit schütteln, aber nicht. Mit der Kopie oder... Nein, machen wir nicht. So. Oder eine TNT-Batterie. Wie wäre denn das? No. Das muss man mal zu bauen. Tja, das müssen wir mal hier noch zu bauen. Sonst sieht das natürlich nicht schön aus. Ja, ja, dramatische MyCrafts. Scheiße, und Mann, der hat nen Block abgebaut! Oder was? Versteht, du oder definiere bitte dramatisch. Ja, war grad eben dramatische MyCrafts. So, was ich aber eigentlich machen wollte, warum ich hier eigentlich rausgelaufen bin, war, dass man aus der Ferne zu betrachten... Ach, sieht auch ganz gut aus. Ja, kann man so... Mit den beschränkten Mitteln, die wir haben, ist es doch eigentlich ganz in Ordnung. Die dieses komische Brückengebilde, das ist auch noch irgendwie... Weird, das ist so ein kleiner Weird. Ja, ich weiß... Ich weiß, was verrückt aussieht, aber... Fall allem, es sind auch unnötig, weil wenn man hier ist, hat man nicht wirklich was gewonnen. Ja, ich wollte ja eigentlich irgendwie so ein... Turm, aber es ist auch egal, weil wir ja jetzt eh da oben so ein Feld angebaut haben. Ah, komm, wir haben mal ganz kurz noch mal zu essen. Und dann würde ich schon sagen, begutachten wir mal noch das Ganze von oben, was wir heute erschaffen haben. Pläne, ich hab noch Pläne für die nächste Folge. Oben auf die... in der Etage, wo... Guck mal, wer... Ja, diese... diese Rund-um-Galerie, wollte ich vielleicht noch ein bisschen größer machen. Guck mal, runter. Ja, ja, ich bin hier. Wow! Wollte jetzt auch am Fenster stehen bleiben können. Wollte jetzt in Berg rein. Ja, aber hier, guck mal, hier haben wir jetzt immer schön zwei breit, zwei breit. Ja, und? Und hier geht es auch gar nicht mehr so weit durch. Nein, ich wollte nicht... ich wollte nicht so... nicht mit Geländer, sondern einfach nur ein Raum. Ja, ja, ich weiß, aber so weit geht es da hinten nicht mehr durch. Naja, jedenfalls, das gucken wir mal auf einer Kopie nach. Äh, an dieser Stelle... ein herzliches Auf Wiedersehen. Eure Let's Play Germans. Genau. Ja,hey, wir doch...